Theresia Mora war die haushohe Favoritin und machte am Ende auch das Rennen. Die gebürtige Ungarin gewinnt den Deutschen Buchpreis 2013 mit ihrem Roman Das Ungeheuer. Also ich habe wirklich mit mir selber ausgemacht, dass das sowieso nichts wird. Ja und jetzt wurde es was und jetzt müssen die Leute das lesen, ist das nicht wundervoll? Theresia Mora knüpft mit ihrem Roman da an, wo ihr letztes Buch endete. Wieder steht der getriebene Darius Kopp im Mittelpunkt. Diesmal macht er sich auf den Weg nach Ungarn, in die Heimat seiner Frau, die sich kurz zuvor das Leben genommen hat. Ein Blick in ihr Tagebuch offenbart flüchtige Affären, Einsamkeit. Der Leser verfolgt diese düstere Innenschau parallel zu den Reiseschilderungen des Ehemannes. Wir haben irgendwann in der Jurydiskussion festgestellt, dass wir alle bei der Lektüre dieses Buches auf irgendeiner Seite eine Träne verdrückt haben. Das heißt, es ist wirklich ein emphatischer und zugleich künstlerisch sehr hoher Roman. Der nie ins kitschig Sentimentale abgleitet. Vielmehr seziert Theresia Mora mit einer glasklaren Sprache eine scheinbar idyllische Ehe. Damit ist ihr nun endgültig der Durchbruch gelungen.